Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns ausführlicher mit der Klangfarbe. Wiederholung Wir haben bereits festgehalten, dass die Wellenform einer Schwingung mit der Klangfarbe eines Schallereignisses zu tun hat. Auch haben wir gelernt, dass jede beliebige komplexe Schwingung als Summe von Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz, Phase und Amplitude beschrieben werden kann. Mithilfe einer Fourier-Transformation können wir ein Zeitdiagramm in ein Frequenzspektrum verwandeln. Dieses Frequenzspektrum gibt Aufschluss über die Klangfarbe. Es zeigt, welche Frequenz mit welchem Pegel vorhanden ist. Die Phase der einzelnen Frequenzanteile hat bei Dauerklängen keinen Einfluss auf die wahrgenommene Klangfarbe, sehr wohl aber auf die Wellenform. Darum kann es sein, dass zwei Schallereignisse für uns gleich klingen, aber in der Zeitdarstellung anders aussehen. Phasenverschiebungen in Attackphasen von Klängen können unter Umständen als Klangfarbenänderung wahrgenommen werden. Klangfarbe und kritische Frequenzbänder Das Frequenzspektrum ist also für die Klangfarbe verantwortlich. Innerhalb des Frequenzspektrums spielen natürlich auch die kritischen Frequenzbänder und Maskierungseffekte in ähnlicher Form eine Rolle, wie wir dies bei der Wahrnehmung der Lautstärke besprochen haben. Bei Obertönen eines Klanges, die in dasselbe kritische Frequenzband fallen, spielt die Summe derer Intensitäten eine Rolle. Außerhalb eines Frequenzbandes addiert sich die Lautheit. In einer harmonischen Reihe fallen normalerweise etwa die ersten fünf bis sechs Teiltöne auf getrennte kritische Frequenzbänder und liefern somit jeweils einen unabhängigen Beitrag zur Klangfarbe. Ab etwa dem siebten Teilton fallen mehrere Teiltöne in jeweils ein gemeinsames kritisches Frequenzband und deren Summe ist für die Klangempfindung ausschlaggebend. Darum sind die ersten fünf bis sechs Teiltöne am wichtigsten für die Klangfarbe. Einfluss der Abhörlautstärke auf die Klangfarbe Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Lautstärke haben wir bereits die Kurven gleicher Lautstärke kennengelernt und festgestellt, dass die Abhörlautstärke Einfluss auf die wahrgenommene Klangfarbe hat. Da die kurvengleicher Lautstärke für hohe Lautstärken flacher sind als für niedrige, nehmen wir einen und denselben Klang bei hoher Abhörlautstärke mit sehr viel mehr Bass und etwas mehr Höhen wahr als bei leiser Abhörlautstärke. Einfluss der Grundfrequenz auf die Klangfarbe Einen gewissen Einfluss auf die Klangfarbe hat auch die Grundfrequenz eines Schallereignisses. Selbst bei Sinustönen unterschiedlicher Frequenz können unterschiedliche Klangfarben wahrgenommen werden. Tiefe Frequenzen werden dumpfer empfunden und hohe als heller. In bestimmten Frequenzbereichen werden auch vokalähnliche Laute wie A, E, I, O, U wahrgenommen. Klingen diese Sinustöne vielleicht wie A, E, I, O, U? Ein anderes Beispiel dafür, dass die Frequenz Einfluss auf die Klangfarbe hat, wäre, wenn man Klänge aufnimmt und sie langsamer oder schneller abspielt. Bei Sprache zum Beispiel klingen schneller abgespielte Aufnahmen wie Mickey Maus. Und langsamer abgespielte Aufnahmen wie von einem sehr großen Wesen gesprochen. Wir ordnen ein und dieselbe Aufnahme unterschiedlichen Wesen oder musikalisch ausgedrückt unterschiedlichen Instrumenten zu, obwohl wir nur die Abspielgeschwindigkeit und somit die Frequenz geändert haben. Dies liegt an den sogenannten Formanten. Formanten sind bestimmte Frequenzbereiche, die charakteristisch für ein bestimmtes Instrument und unabhängig vom Grundton immer stark ausgeprägt sind. Grund dafür sind Resonanzfrequenzen im Klangkörper. Unser Gehirn weiß, dass diese Formanten vorhanden sind und erwartet diese. Wenn diese Formanten zu stark geändert werden, nehmen wir eine andere Klangfarbe wahr und vermuten ein anderes Instrument. In unserem Beispiel, in dem wir Sprache mit einem anderen Tempo abspielen, transponieren wir nicht nur die Tonhöhe, sondern alle Frequenzanteile inklusive Formanten. Im Falle der Mickey Maus Stimme nehmen wir aufgrund der Verschiebung der Formanten einen besonders kleinen Vokaltrakt als Resonanzkörper an. Einfluss der Hüllkurve auf die Klangfarbe Eine sehr große Bedeutung für die wahrgenommene Klangfarbe hat die Hüllkurve, insbesondere die Einschwingphase eines Klanges. Man hat herausgefunden, dass besonders in der Einschwingphase eines Klanges viel Information über die Klangfarbe bzw. über ein Instrument liegt. In der Einschwingphase hört man, wie eine Schwingung erzeugt wird. Man hört zum Beispiel Anschlag, Anblas oder Zupfgeräusche. Dieses Geräusch und die Art des Einschwingens sind sehr charakteristisch für ein Instrument. Es wurden Experimente durchgeführt, bei denen Versuchspersonen Klänge ohne Einschwingphasen vorgespielt wurden. Das Erkennen eines Instrumentes wurde dadurch sehr erschwert und teilweise unmöglich. In der Einschwingphase können unter Umständen auch Phasenverschiebungen hörbar werden. Denn je nachdem, mit welcher Phasenlage sich die Bestandteile eines Klanges aufaddieren, kann sich auch die Hüllkurve im Attack-Bereich ändern. Auch die Polarität eines Signals kann in der Einschwingphase hörbar werden. Also ob das Signal als Gesamtes mit einer positiven oder einer negativen Halbwelle beginnt, ob es invertiert ist oder nicht. Eine Bassdrum zum Beispiel sollte mit einer positiven Halbwelle beginnen. Aufnahmen, bei denen die Polarität vertauscht wurde, können zum Beispiel so wirken, als ob das Instrument weiter entfernt wäre. Wie kann man die Klangfarbe beschreiben? Die Klangfarbe ist eine sehr komplexe, mehrdimensionale Größe. Die Tonhöhe zum Beispiel ist eindimensional. Wir können auf einer Achse zwischen hoch und tief unterscheiden. Auch bei der Lautstärke kann man jedes Schallereignis auf einer Achse von laut bis leise einordnen. Es gibt jedoch viele Eigenschaften, die eine Klangfarbe ausmachen. Etwas kann beispielsweise gleichzeitig hohl, metallisch und perkursiv klingen. Im Zusammenhang mit der Klangfarbe wurden einige psychoakustische Größen eingeführt. Diese interessieren uns nicht weiter, sollen hier aber der Vollständigkeit halber einmal angeführt werden. Es gibt eine Rauheit, gemessen in Asper, und die Schärfe, gemessen in Akum. Außerdem gibt es Größen wie die Tonhaltigkeit von Geräuschen oder die Impulshaltigkeit. Für uns spielen diese Größen allerdings keine Rolle. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Die Klangfarbe hängt in erster Linie vom Frequenzspektrum, also davon ab, welche Frequenz wie laut vorhanden ist. Die Phase der einzelnen Frequenzen spielt kaum eine Rolle. Besonders viel Information können wir dem Frequenzspektrum zeitlich gesehen in der Einschwingphase eines Klanges entnehmen. Auch Formanten haben großen Einfluss auf die Klangfarbe. Formanten sind für ein Instrument unabhängig vom Grundton immer stark ausgeprägte Frequenzbereiche. Die Lautstärke beeinflusst die Klangfarbe insofern, dass bei hohen Abhörlautstärken mehr Bässe und Höhen wahrgenommen werden. Und auch die Frequenz einer Schwingung hat einen gewissen Einfluss auf die wahrgenommene Klangfarbe. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.